Mogelbaum ist ein Pokémon mit dem Typ Gestein, existiert seit der zweiten Spiegel-Nation und ist die letzte Entwicklungsstufe von MOBI. Mogelbaum ist ein mittelgroßes, zweibeiniges und baumähnliches Pokémon, das braun, grün und gelb auftritt. Die Vorsätze an seinen Armen sind grün gefärbt und bis auf ein paar gelbe Flecken auf Bauch und Rücken ist das Gestein-Pokémon brauner Farbe. Der Körper ist von schlanker Gestalt und auf dem Kopf wächst ein kurzes Horn in senkrechte Richtung, wobei es sich einmal aufspaltet. Diese beiden Teile des Horns zeigen nach links oben beziehungsweise nach rechts oben. Das Gesicht besteht aus den beiden kleinen schwarzen Augen und dem relativ breiten Mund. An den Enden der schmalen jedoch langen Arme sind hier drei runde Vorsätze zu erkennen und schließlich steht das Pokémon auf zwei schmalen kurzen Beinen, die in zwei kleinen Füßen enden. Und in seiner Shiny-Form ist der braune Körper dunkelgrün gefärbt und die grünen Vorsätze färben sich rostrot. Mogelbaum erlernt per Levelausstieg ausschließlich physische und Statusattacken. Das Pokémon ist in der Lage durch beispielsweise Kopfstoß, Steinhage oder Steinkante mächtige Gesteinsangriffe auszuführen. Den Großteil seines Attacken-Movepools bilden Angriffe des Typs normal so unter anderem Slam oder Risiko-Tackle. Besonderheiten, die hervorzuheben sind, sind die Attacken Holzhammer, Tiefschlag und Hammerarm. Per TM können auch spezielle Angriffe erlern werden, wie Kanon, Aufruhr und Erdkräfte, außerdem physische Angriffe weiterer Typen, die bei Levelaufstieg nicht in seinem Movepool vorhanden sind, so zum Beispiel Feuerschlag, Donnerschlag oder Eishieb. Per Attackenlehrer kann zudem die mächtige Gesteinsattacke Meteorstrahl erlern werden. Eine seiner Fähigkeiten ist Robustheit. Diese bietet Schutz vor K.O. Treffern. Außerdem kann Mogelbaum die Fähigkeit Steinhaupt besitzen, die Schaden, der durch Rückstoße entstehen würde, verhindert. Seine versteckte Fähigkeit ist Hasenfuß, aus Angst vor manchen Attacken steigt dabei die Initiative. Obwohl Mogelbaum vorgibt, ein Baum zu sein, kommt seine Verfassung einem Stein näher als einer Pflanze. Es tarnt sich als Baum, um nicht angegriffen zu werden. Es herrscht Wasser, weshalb es bei Regen wegläuft und bewegt einen Baum bei Windstille ein Ast, ist es ein Mogelbaum, das sich vor Regen schützt. Da seine Vorderbeine das ganze Jahr über grün bleiben, fällt seine Tarnung im Winter natürlich leicht auf. Dabei sind Mogelbaum in bisher allen bekannten Regionen heimisch, außer der Kanto-Region, und es kann vermehrt in Wäldern und Graslandschaften beobachtet werden. Bei seiner Entwicklung nimmt es deutlich an Größe hinzu. Dabei bleiben seine Farben und auch seine Muster auf dem Braunbereich definitiv gleich. Entwickelt es sich von Moby zu Mogelbaum, oder die Entwicklung wird dabei in den Spielen ausgelöst durch ein Level-Up mit Mibigree, und möchte man das Baby-Pokémon von Moby haben, dann muss das durch Zucht mit Steinrauch geschehen. Mit seinem Typen Gestein und Mogelbaum dabei halben Schaden gegen Normal-, Feuer-, Gift- und Flugattacken, doppelten Schaden gegen Pflanzen-, Wasser-, Kampf-, Bohnen- und Stahlattacken und der Rest macht normalen Schaden. Moby-Pokémon Moby-Pokémon Moby-Pokémon